Ich habe hier heute einmal den Handmixer von Wilfa. Ein kleines praktisches Gerät für die Küche und liegt gut in der Hand. Und das Schöne ist, hier muss man nichts gedrückt halten, das stellt man einfach auf Stufe 1. Allerdings, wie man sieht, eiern die ein bisschen, aber das tut dem kleinen Abbruch, er funktioniert. Hier ist so eine Boost-Taste, da kann man beim Kneten einer kleineren Stufe noch mal die Drehzahl erhöhen. Wenn man loslässt, dann geht er wieder in den normalen Modus zurück. Und hier kann man, wie gesagt, bis auf der höchste Modus. Also alles wirklich geräuschtechnisch im Rahmen. Die Geschichte vom Mars, das war es noch nicht. Weil, hier ist auch noch ein praktischer Knethakenhalter mit bei, den man nach Gebrauch einfach hier vorne draufstecken kann. Hier ist dann auch noch Platz für die anderen beiden Rührhaken. Ja, ich finde das Gerät super. Klein, praktisch, gut. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.